Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Die Möwe, speziell die Silbermöwe, ist ein großer, kräftig gebauter Vogel aus der Familie der Möwen. Die erwachsenen Vögel zeichnen sich durch einen weißen Kopf, Hals, Unterseite und Schwanz aus, während ihr Rücken in einem graublauen Ton erscheint. Die Flügelspitzen sind schwarz mit weißen Flecken. Ihre Beine sind Fleischfarben und die Augen haben eine helle Iris. In der Ruhekleidung wird der Kopf der Vögel grau. Junge Silbermöwen sind an ihrer braunen Oberseite und dem feingestreiften Kopf zu erkennen. Sie erreichen ihre erwachsene Gefiederfarbe im Alter von vier Jahren. Der Schnabal ist gelb mit einer charakteristischen roten Markierung am Ende des Unterteils. Diese Art ist in Europa verbreitet und findet sich entlang der Küsten sowie in Zentralpolen an großen Flüssen. Sie sind häufig in Häfen und an Bord von Kuttern zu finden und besuchen auch Mülldeponien. Silbermöwen sind gesellige Vögel, die die Nähe zu Menschen nicht scheuen und ihre Nahrung an der Wasseroberfläche sammeln. Die Silbermöwe erreicht eine Körperlänge von 54 bis 68 cm, bei einer Flügelspannweite von bis zu 155 cm und einem Gewicht zwischen 700 g und 1,5 kg. Diese Vögel können ein beachtliches Alter von 12 bis 49 Jahren erreichen. Ihre Größe und das Gewicht variieren dabei je nach Geschlecht und Lebensraum. Die Kombination aus körperlichen Merkmalen und der langen Lebensdauer macht die Silbermöwe zu einem bemerkenswerten Bewohner der Meeresküsten und Flussufer. Die Nahrung der Silbermöwe besteht hauptsächlich aus Fischen, Krebstieren, Aas und gelegentlich auch aus Pflanzenmaterial wie Früchten. Zusätzlich ernährt sie sich von Vogeleiern, Küken, kleinen Säugetieren, Amphibien, Reptilien und verschiedenen Wirbellosen. Abfälle und Lebensmittelreste an Mülldeponien bilden ebenfalls einen Teil ihrer Diät. Aufgrund dieser breiten Nahrungsbasis spielt die Silbermöwe eine wichtige Rolle in ihrem Ökosystem, sowohl als Räuber als auch als Aasfresser. Obwohl sie wenige natürliche Feinde haben, können Jungvögel und Eier von Raubtieren wie Füchsen und größeren Vögeln erbeutet werden. Silbermöwen sind vorwiegend an Küsten, Klippen und in Hafengebieten anzutreffen. Sie adaptieren gut an vom Menschen beeinflusste Lebensräume, weshalb sie auch häufig in der Nähe von Mülldeponien und in städtischen Bereichen zu finden sind. Ihre Präsenz in zentralen Teilen Polens entlang großer Flüsse zeigt ihre Fähigkeit, in verschiedenen aquatischen Umgebungen zu leben. Die Wahl ihres Lebensraums reicht von offenen Meeresküsten bis hin zu Binnengewässern, was ihre Anpassungsfähigkeit und ökologische Vielseitigkeit unterstreicht. Verwenden Wöchsen und Eier von Raubtieren Die Wahl ihres Lebensräume Die Wahl in der Nähe von Raubtieren Untertitelung des ZDF, 2020